hallo und herzlich willkommen zurück zur tropicraft ja tropicraft wir mal wieder lange zeit habe ich ja nicht aufgenommen wegen meinen festplatten aber jetzt habe ich ja wieder seit wochenende und jetzt nehme ich auf und zwar im silvester nehme ich auch oh mein gott so und wir hatten ja da oben das haus gemacht was jetzt ziemlich cool aussah und ich kann mich gar nicht mehr erinnern was wir jetzt machen wollten ich gehe einfach mal hoch zum haus ach so wir brauchen genau wir brauchen mal türen jetzt habe ich mich natürlich nicht informiert ob man also ob das irgendwie ob man türen aus bambus machen kann anscheinend nicht also müssen wir holztüren verwenden so da noch holztür wo tun wir die mal hin hatte hat wort 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 zack so und jetzt sind wir die holztür auf perfekt ach genau und die holztür nehmen auch noch mit ja schlafen geht immer irgendwie immer noch nicht ich habe mich auch übrigens entschlossen das projekt hier auch nur 20 folgen zu machen da ja wir jetzt auch noch andere folgen auch noch andere projekte haben wie die minecraft season ja also minecraft season 1 ist angelaufen ihr könnt gerne reinschauen und ja ist ein geiles projekt ziemlich lustiger auf jeden fall so genau der der abweg den müssen wir auch noch den aufweg müssen wir auch noch auf den abweg genau ja müssen wir auch noch bauen weil sonst kommen wir hier immer sehr schwer hoch ist immer so kack hier hoch zu gehen wie sieht es denn hier aus genau ich habe auch jemanden gefragt der aus meiner klasse und ich soll das irgendwie mit holz lassen aber ich lasse es lieber so ich mag das so toll ne so hier wollen wir irgendwie das ding runter bauen wir haben noch sandstein ich mache das jetzt aber mit dem stein man die schaufel hier hin und dann machen wir später noch treppen so wir machen jetzt einfach erstmal so ein kleines stück nach unten und jetzt machen wir einfach in der luft würde ich sagen toll lukas war natürlich gleich falsch was wir machen so das ist aber richtig das können wir dann später mit zu stützen und so noch ein bisschen machen 20 folgen sind jetzt zwar nicht mehr so viel aber das wollte ich jetzt eigentlich hier auch eben so als kleine mod vorstellung zeigen was man alles so machen kann wie das aussehen kann und halt ein bisschen selber spaß zu machen um den mod mal auszuprobieren ja ja weil für micro ist dann die microsoft diesen da und da könnt ihr mal microsoft gucken wie komm ich jetzt daran mein gott was machst du hier wo das war knapp jetzt machen wir den markt kaputt können wir dann nachher aufheben super was mache ich jetzt ich muss trotzdem runter toll ich glaube ich kann jetzt von da oben runter bauen das geht irgendwie nicht wo ich irgendwie eine wendeltreppe machen mach ich das jetzt Toll, jetzt bin ich hier unten, fangen wir doch mal hier an, erstmal runter, wir brauchen wahrscheinlich eh noch mehr stein, aber fangen wir doch einfach mal hier an, mit einer eventuell Treppe, die so folgt aussieht, ok, ne, 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 das war falsch, ja, das war falsch, immer 3 hoch, dann so, ne, das geht aber jetzt hier nicht, dann muss das falsch, so scheinen, so, es geht generell überall nicht, muss ich überall weghauen, naja, ist ja nicht so schlimm, so, yeah, das war falsch, Aua, warte mal, was muss ich jetzt weghauen, ist da, dichter, es wird nacht, es wird nacht, es wird nacht, es sind aber gar keine Weicheier, also, wir halten das aus, ach du Kacke, damit wir mal noch ganz schön hoch bauen, brauchen ganz schön viel Stein dafür, na, sie ist sicher schon wieder kein Stein, muss ich jetzt wiederholen gehen, erstmal, oder ich hab noch welchen in der Truhe, ruhig, ich muss was essen, essen ist wichtig, aber wir haben hier ein geiles Haus, und da brauchen wir auch einen geilen Aufstieg, also ganz einfach, ne, es ist einfach so, und wenn wir keinen geilen Aufstieg hätten, dann wäre unser Haus auch nicht so geil, so ist es halt einfach, noch eins essen, dann sind wir satt, so, haben wir jetzt, ja, hier haben wir genug Stein, ganz schön viel genug Stein, das mal wegpacken, so, das tun wir mal hier alles rein, was wir nicht mehr brauchen, das brauchen wir jetzt erstmal alles nicht mehr, so, ähm, ja, das ist heute lang, dann tun wir doch mal weiter bauen, 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 ich denke mal, an der, an der, äh, Treppe hier werden wir jetzt ein paar Folgen sitzen, Ach man, jetzt falle ich auch noch runter, aber naja, dann habt ihr halt auch was zum gucken, So, hoch, so, dann ist auch wieder weg, perfekt, wieder weg, genau, und die sind schon wieder ganze Skelette, noch mal hier eine Fackel hin, dann ist hier ein bisschen heller, So, wie weit noch, oh, wir sind ja schon ganz schön weit, muss ich schon sagen, jetzt, also wirklich jetzt, Ganz schön hoch hier oben, Habe ich schon erwähnt, dass ich Höhenangst habe, ne, ich habe natürlich keine Höhenangst, Wäre ja schon ein bisschen pussyhaft, ne, also, ha, ha, Oh, ein Spindel läuft über unser Getreidefeld, das ist aber nicht, nicht sehr lieb, also wirklich, finde, wie kannst du nur, wie kannst du das nur wagen, Naja, wird es aber auch wieder mit den Treppen hier so kacke, das hätte ich mir vorher überlegen müssen, aber ich glaube, das geht sogar, Das muss gehen, ich mache jetzt nichts neu, jetzt sind wir schon hier oben dran, jetzt müssen wir dann nochmal hoch, dann machen wir doch jetzt einfach, Ah, ähm, 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 wir hier hin und machen hier ein bisschen Platz. Wie viel Platz haben wir gebraucht? 3x3. 3x3. So, so, so. Perfekt. Wie haben wir das denn am Anfang gebaut? Entschuldigung, aber das muss ich jetzt gucken. Oh, wir haben sogar überlebt. Nur weil die Welle hier gerade hier vorne war. Wir haben, okay, wir haben erst hier angefangen. Alles klar. Hinten wir halt wieder hoch hüpfen. Oder wartet, 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 wartet. Wir kennen jetzt wahrscheinlich die Spinne hier. Und dich natürlich auch. Jeder kommt mal dran. Auch du. Und jetzt bauen wir mal die Treppen schnell. Ich glaube, das langt. Wenn nicht, müssen wir halt nochmal welche machen. Aber es sollte eigentlich lang. Weil so viele Aufstiege haben wir jetzt nicht. So. Genau. Und jetzt ist das halt immer. Wir sind halt immer so am Rand. Na, aber es ist eigentlich ganz okay. Oder wir machen natürlich hier hin. Und dann können wir hier. Machen wir hier wieder hin. Dann passt es aber, glaube ich, nicht mehr mit den Dingern, ne? Ja. Ja, ja. Haben wir ein bisschen Pay gebaut, aber ist egal. Denn es geht auch so. Und irgendeinen Aufstieg brauchen wir ja. Innerhalb dieser 20 Folgen. So. Na, hier muss ich ja so anfangen. Aber dann so. So. So, ja. Ach, die Musik, die liebe ich ja. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Muss ich ganz ehrlich zugeben, die Musik da, die finde ich toll. Ich brauche immer bei uns, bei den Hangar Games, falls ihr das schon mal gesehen habt. Die Hangar Games, die folgen bei uns. Mal gucken, ob mal wieder demnächst welche kommen. Ich habe ja extra ein Intro dafür gemacht. Da müssen wir auch ein paar Folgen bringen, ne? Also, ich kann ja keine Intro machen und dann keine Folgen machen davon. Werden wir bestimmt auch mal irgendwann aufheben, jetzt in nächster Zeit. Wir haben jetzt wieder ein bisschen Zeit. Es sind ja jetzt gerade noch Ferien und jetzt auch halt Neujahr. Ich habe jetzt übrigens noch zwei Wochen Ferien. Was ich ziemlich gut finde. Oder zwei Wochen? Ne, das ist jetzt schon die zweite Woche. Äh, ja. Genau. Also jetzt die zweite Woche und dann noch die dritte Woche. Wir in Hessen sind nämlich die einzigen drei Wochen Winterferien haben. Juhu. Sorry. Bin ich echt cranky, crank, crank? Dass das so ist. Wow. Da konnte ich mich noch retten. So, dann sind wir auch schon bald oben angekommen. Und dann ist doch alles okay. zack, zack. Huch. Perfekt. Ne, das war nicht perfekt. Den Stein brauchen wir noch irgendwo bestimmt. Zack, zack, zack. War schon wieder failen. Da kann er unten liegen bleiben, liegen bleiben, forever alone und so. Du kommst zu mir. Loll. Loll. Was für ein Scheißvieh. So schnell konnte ich jetzt nicht mein Schwert ausrüsten. Bist du runtergefallen?